Unglaublich praktisch für alle, die viel waschen. Eine stapelbare Wäschebox, die ideale Lösung zum Sortieren Ihrer Wäsche. Und dazu hat sie noch zwei Jahre Garantie. Wenn Sie mehrere dieser Wäscheboxen benutzen, können Sie Ihre Wäsche sortieren, ohne dass die Boxen zu viel Platz brauchen. Denn man kann sie stapeln. Die Wäsche lässt sich durch die Öffnung vorne leicht in der Box verstauen. Der Deckel muss aufgeklappt werden, um die Wäsche herauszunehmen. Die Box kann schnell zusammengefaltet werden, wenn sie eine Zeit lang nicht benutzt wird. So braucht sie nicht viel Platz zum Aufbewahren. Die Wäschebox ist leicht, hat zwei stabile Griffe und lässt sich darum einfach transportieren. Sie hat ein beeindruckendes Fassungsvermögen, trotz Ihres kompakten Formats. Und der Deckel auf die Wäsche ist ein paar Momente. Die Wäsche hat ein beeindruckendes Fassungsvermögen. Die Wäsche hat ein beeindruckendes Fassungsvermögen.